Im Jahr 530 v. Chr. starb Cyrus der Große, vermutlich während einer Militärexpedition gegen die Massageten in Zentralasien. Ihm folgte sein ältester Sohn Cambyses II. nach, während sein jüngerer Sohn Badia ein großes Gebiet in Zentralasien erhielt. Bis 525 v. Chr. hatte Cambyses Phönizien und Zypern erfolgreich unterworfen und bereitete sich darauf vor, mit der neu geschaffenen persischen Flotte in Ägypten einzumarschieren. Cambyses II. hat der Legende nach Pelusium mithilfe einer cleveren Strategie erobert. Die Ägypter betrachteten bestimmte Tiere, insbesondere Katzen, als heilig, sie hatten eine Katzengöttin namens Bastet und würden ihnen auf keinen Fall Schaden zufügen. Cambyses habe seine Männer die heiligen Tiere zum Angriff vor sich hertragen lassen. Die Ägypter wagten es nicht, ihre Pfeile abzufeuern, aus Angst, die Tiere zu verletzen, und so wurde Pelusium erfolgreich gestürmt. Dies wäre eine frühe Form der psychologischen Kriegsführung. Pharao Amasis II. War 526 v. Chr. gestorben und wurde von Psamtik III. abgelöst, was dazu führte, dass wichtige ägyptische Verbündete zu den Persern überliefen. Psamtik positionierte seine Armee bei Pelusium im Nil-Delta. Er wurde von den Persern in der Schlacht von Pelusium besiegt, bevor er nach Memphis floh, wo die Perser ihn besiegten und gefangen nahmen. Nach einem gescheiterten Aufstandsversuch beging Psamtik III. umgehend Selbstmord. Als Herodot zu Besuch kam, waren die umliegenden Felder mit den Knochen der Kämpfer übersät. Er stellte fest, dass sich die Schädel der Ägypter von denen der Perser durch ihre höhere Härte unterschieden, eine Tatsache, die seiner Meinung nach durch die Mumien bestätigt wurde und die er darauf zurückführte, dass die Ägypter ihre Köpfe von Kindesbeinen anrasierten und die Perser sie bedeckten mit Faltenausstoff oder Leinen. Darius I. stammt von einem anderen Familienzweig des Achämenes. Von Cambyses II. wurde Darius zu dessen persönlichem Lanzenträger erhoben. In dieser Funktion begleitete Darius ihn 522 v. Chr. auf seinem Feldzug gegen Ägypten. Dort soll Cambyses erfahren haben, dass sich im persischen Kernland, in der Hauptstadt Egbatana, sein Bruder Badia gegen ihn erhoben habe. Cambyses bezweifelte den Verrat des Bruders und hatte Anlass, dessen Ermordung zu vermuten. Er brach unverzüglich auf, um den Aufstand niederzuschlagen, starb jedoch noch während des Rückzugs, vermutlich durch einen Unfall. Herodot deutet auch die Möglichkeit eines Mordanschlags an. Cambyses II. starb unter mysteriösen Umständen auf seinem Weg von Ägypten nach Persien, in Syrien. Badia II., Sohn von Kyros II., und damit der jüngere Bruder des Cambyses II., wurde König von Persien. Doch wurde vor dessen Ägyptenfeldzug im Jahre 525 v. Chr. ermordet. Die Geheimhaltung gelang vollständig, sodass sich der Magier und Oberpriester Gaumata, Herodot beschreibt eine durch Zauberei bewirkte Ähnlichkeit der beiden, während der Abwesenheit des Cambyses als Badia ausgeben, den Hof täuschen und sich zum König krönen lassen konnte. Der zweite Sohn des Kyros wurde von einem Marduk-Priester ermordet. In der modernen Forschung wird es aber für gut möglich erachtet, dass der angebliche Gaumata in Wirklichkeit tatsächlich Badia gewesen ist, der nicht ermordet wurde. Somit wäre die Darstellung des Darius nur die Rechtfertigung für eine Usurpation gewesen. Um Cambyses zu rächen, kehrte Daraios nach Persien zurück und konnte sechs Jugendfreunde für den Sturz des falschen Badia gewinnen, ein gewisser Gaumata. Insgesamt 19 Schlachten musste er schlagen und neun aufständische Lügenkönige besiegen, um endgültig Herrscher über das ganze Persische Reich zu werden. Das Fest des Magiertotschlags sollen einige Iraner noch heute am 29. September feiern. Daraios der Große, er war ab 522 v. Chr. dritter Großkönig des persischen Achämenidenreichs. Zur gleichen Zeit erhob sich in der Persis, dem Stammland der Perser, ein Mann, der ebenfalls behauptete, Badia zu sein, in Elam gab es erneute Unruhen. Auch in Medien, Patien, Assyrien, Ägypten, bei den Sattergüden und abermals in Bibulonien kam es zu schweren Unruhen und Kämpfen. Gegen Ende des Jahres 522 v. Chr. befand sich damit beinahe das gesamte Perserreich in Aufruhr. Daraios konnte sich jedoch auf eine loyale Streitmacht verlassen, die von engen Vertrauten angeführt wurde, sodass nach seinen Angaben binnen eines Jahres die Aufstände nacheinander niedergeschlagen wurden. Assyna war der erste Rebellenführer, der sich nur kurz nach dem Umsturz an die Spitze einer Erhebung der Elamiten stellte und sich selbst zum König von Elam proklamierte. Er wurde von Daraios persönlich erschlagen. Etwa gleichzeitig hatte sich in Babylon Nidintubel als angeblichen Sohn des Nabonid ausgegeben und sich unter dem Namen Nebukadnizar III. zum König erhoben. Er wurde von Daraios gefangen genommen und hingerichtet. Im September 522 v. Chr. folgten erste Aufstände in Babylon, die, von einer kurzen Unterbrechung abgesehen, bis Dezember 521 v. Chr. andauerten. Im Mai 521 v. Chr. hatte sich Nebukadnizar IV. zum neuen König von Babylon ausgerufen und wurde knapp sieben Monate später von Daraios wie vorher Nebukadnizar III. getötet. Es folgten weitere sogenannte Lügenkönige, welche alle geschlagen, gepfällt oder gekreuzigt wurden. Daraios I. gilt neben dem Reichsgründer Kyros dem Großen als der bedeutendste Großkönig des Altpersischen Reichs. Zu seinen Leistungen gehört die Erneuerung der Reichsstrukturen. Seine Verwaltungsreformen wurden noch lange nach dem Ende des Achemenidenreiches als vorbildhaft erachtet, vielleicht beeinflussten sie sogar die Organisation des Römischen Reiches. Außerdem förderte er die Künste, insbesondere die Architektur. Davon zeugen die Gründung von Persepolis und die Bautätigkeit in anderen Residenzstädten, vor allem in Susa. In der Geschichte des Achemenidenreichs stellt die Regierungszeit des Daraios die Phase der größten Ausdehnung des Imperiums dar. Nachdem Ende 521 v. Chr. der Frieden im Reich wiederhergestellt war, widmete sich Daraios I., vor allem der inneren Erneuerung des Reiches, vor allem um eine solche Situation wie die gerade durchstandene in Zukunft auszuschließen. Das Reich wurde in einheitliche Provinzen, sogenannte Satrapien eingeteilt, die sich kaum an den vorher eingegliederten Reichen orientierten, sondern vor allem auf die individuellen Völker zugeschnitten waren. Daneben wurden zahlreiche weitere Reformen in Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft und Herwesen durchgeführt. Mit dem Feldzug der Jahre 513 v. Chr. kamen die Perser zum ersten Mal seit dem Kleinasienfeldzug des Kyros gegen die Lüder enger in Kontakt mit den Griechen. Zwar standen viele von Griechen besiedelte Gebiete des östlichen Mittelmeerraumes unter persischer Herrschaft, aber die Perser interessierten sich recht wenig für dieses Land. Als im Zuge der Unterwerfung Thrakiens auch Makedonien zu einem Vasallen Persiens wurde, glaubten die unabhängigen Griechen, bald selber in das Blickfeld des Großkönigs zu geraten. Athen versuchte dem vorzubeugen, indem es 506 v. Chr. ein Bündnis mit dem Perserreich abschloss. Auf persischer Seite wurde dies als formelle Unterwerfung verstanden. Die Nordgrenze des Reiches war weiterhin durch die Sagen bedroht. Nachdem mehrere größer angelegte Militäraktionen in Zentralasien keine Entscheidung brachten, wurde ein Feldzug gegen die an der Schwarzmeerküste lebenden Sküten begonnen, der vielleicht das Ziel hatte, den zentralasiatischen Sagen in den Rücken zu fallen. Obwohl der Skütenkrieg ein Fehlschlag war, konnte eine neue Satrapie, Trakin, in Europa gewonnen werden und die Grenze des Reiches bis an die Donau vorgeschoben werden. Dies brachte das Reich in die direkte Nachbarschaft mit den europäischen Griechen. Besonders die persischen Vorstöße im Mittelmeer und der Ägäis und die Unterwerfung Makedoniens dürften in Griechenland Besorgnis ausgelöst haben. Ein Bündnisangebot Athens im Jahr 507 v. Chr. wurde von den Persern als formelle Unterwerfung des Stadtstaats aufgefasst. Im Jahr 499 v. Chr. schließlich brach ein Aufstand in den griechischen Gebieten Kleinasiens gegen die persische Herrschaft aus. Griechische Rebellen nahmen im Jahr 498 v. Chr. die ehemaligen Gebiete Lydiens ein sowie Sades und erschatten die Stadt ein. Dieser ionische Aufstand, der sich zeitweilig bis nach Zypern ausdehnte und auch den Abfall Trakiens bewirkte, wurde 494 v. Chr. niedergeschlagen und die führende Stadt, Milet, wurde zerstört. In den Folgejahren kam es zu zwei persischen Strafexpeditionen im Ägäisbereich, Beginn der sogenannten Perserkriege. 492 v. Chr. wurde Trakin erneut unterworfen. 490 v. Chr. wurde die mit Athen verbündete Stadt Eretria eingenommen und zerstört. Ein persisches Heer landete schließlich in Attika mit der Absicht, Athen einzunehmen. Dies wurde aber durch die Schlacht bei Marathon, wobei das Unternehmen der Perser eher als Strafexpedition denn als regelrechte Invasion zu beurteilen ist, und anschließende athenische Militäroperationen vereitelt. Griechischen Quellen zufolge war für die Jahre 486 v. Chr. ein erneuter Feldzug gegen Griechenland geplant, der jedoch wegen eines Aufstandes in Ägypten und des Todes des Darius nicht zustande kam. Nachdem die erste persische Invasion in Griechenland scheiterte. Der Nachfolger des Darius Xerxes I. 486 bis 465 v. Chr. vernachlässigte zunächst die griechische Westgrenze, entschloss sich jedoch dann, in den Jahren 481 v. Chr. einen erneuten Feldzug zu unternehmen. Nach anfänglichen Erfolgen das von den Bewohnern geräumte Athen wurde eingenommen. Die Akropolis wurde als Racheakt für in Sades zerstörte Heiligtümer zerstört. Scheiterte auch dieses Unternehmen in den Schlachten von Salamis, 480 v. Chr. und Plataiai, 479 v. Chr. Die Griechen unter Führung der Athener gingen nun selbst in die Offensive und befreiten in den folgenden Jahrzehnten fast alle griechischen Städte im Reichsgebiet. Also vor allem an der Westküste Kleinasiens, ehemals Lybien, von der persischen Herrschaft. Sparta, bis dahin die griechische Führungsmacht im Perserkrieg, war an Operationen in Kleinasien nicht interessiert. Sodass Athen nun die alleinige Führungsrolle im Kampf gegen die Perser zu fiel. Athen organisierte schließlich ein regelrechtes Bündnissystem, welches sich bald darauf aber in ein Instrument zur Bewahrung der athenischen Hegemonie verwandelte, der sogenannte Attische Seebund. Die Perser selbst blieben defensiv und beschränkten sich darauf, zu versuchen, die Griechen aus dem Gebiet des Reiches fernzuhalten. Erst 449 v. Chr. wurde ein Frieden mit Athen geschlossen, der sogenannte Kalliasfrieden.